Hallo und herzlich willkommen zu WarioWare SmoothBoo Ja, guck mal gut, du kannst es, du kannst es Und wir spielen zusammen mit den SJ Na, Schlawiner Okay Das war ja schon, das war ja schon Morgen Freeman Nächstig gerade, ne? Das war schon Morgen Freeman, ne? So, wir haben wieder vier, vier, vier Leben Oder auch, äh, vier Kunden Sammle zwei, guck mal, das kannst du Okay, das ist ja, ne? Ja, die, die Bewegung, die er gerade nachgemacht hat Shatter ich, äh, shatter ich, äh Guck mal, so wie der Keller, äh, der Pfeffer gerade so Äh, achso, Tau ziehen Ich muss fangen Oh, go Oh, damit Ja, genau Ah, ne, guck mal, leer Ah, doch Du hast einen klitzel kleinen Fisch Deiner war größer, ne? Deiner ist größer, ne? Deiner ist größer halt, ne? Was soll man machen? Okay Links überrollen Boah So, wenn ich was kann, dann ist es rollen, ey Morgen ist aus dem Bett raus Ja Du wirst wahrscheinlich wieder dem Hund die Dings geben Ja, wenig Na doch jetzt Ah, so, jetzt verstehe ich's Du musst auch die Spiele checken Ja, das Blaine wieder für den ganzen Hausflur Ja, aber Alles egal Nur für euch Und den Hausflur Nice Gar kein Problem für mich Aber guck mal, da ist schon ein kleiner Teaser für uns, ne? Mit der Fliegen Ja, sehr schön Wie in Pilotwings Wie er lacht, ne? Der Straßenkehrer, naja Oh Gott Warten, 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 warten Oh, tschack! Er hat nicht regiert Ja, scheiße Fuck Egal, wir haben noch drei Leben Kein Ding Okay Zum Glück zählen verkackte Sachen ja auch, ne? Ja, das ist das Schöne Was ist, was ist? Verkackte zählt sich ja auch als Punkt Ja, genau Oh, der Kellner So, wenn wir auf deinen Lieblingsberuf umwerfen Oh, guck mal, Metroid Wie geil Alter Oh, scheiße, die Welt gefällt mir bis jetzt am besten Die ist super Weil die hat so viele Anspielungen Äh Wie geil Wie geil Wie geil das war Wie geil das ist Wie geil das ist Äh Machen wir noch Zahlen Guck mal da Jaja, das hat dich wieder Wieder nicht erkannt, ne? Die Stange Yes Geil, guck mal Alter, super Mario World hast du eingelegt Mhm Die Map ist mega, also die Welt, ne? Oberrechts, oberrechts Nice Alter, wie geil das ist Die ganze Anspielung ist so super Geil das ist Eins, zwei, drei Ja Oh, scheiße Oh, scheiße Jetzt muss ich hier den Boss machen Oh nein Wiederfahren wahrscheinlich, ne? Oh nein, leider Oh, ach so Geil Äh, das wird nicht erkannt, Maeve Schieße Drücke A Drücke A oder B-Kopf Achso Schieße Schieße Was ist denn der A oder B-Kopf? A, D Ach, das ist der A-Kopf Mein Gott, Mensch Ja Bei Kirby ist die Störung anders Bleib einfach in der Mitte und warte bis dahin nimmt das Ab in Perfekt Wir zwingen den Boss Oh ne Durchschliegen, durchschliegen, durchschliegen Ist ja der Boss Oh nein Achso Achso, du musst da Rechts oder links Oder oben Ne Links Oh Gott, du hast nicht ganz Ganz wenig Schild noch Die Hälfte Ich glaube, wir müssen einfach nur durchschliegen, oder? Ah, da ist der Gegner Rob Mach ihn, Maeve Mach ihn Achso, da links Alles klar Kriegst du den Maeve Kein Ding Okay, perfekt Du hast es gepackt Haben es geschafft Uuuuuhhhhhh Uuuuuhhhhhh Dankeschön, Dankeschön Dankeschön Maeve aka, ne Maeve Fox Nennen wir dich ab sofort Mae Fox Alles klar Boahhhhhh Ein neuer DS Ja, wer kriegt den jetzt noch? Es tut mir so leid Kein Problem Du wirst immer mein Spieler 2 sein Das heißt, dass ich immer Spiel 1 bin Ah, wir haben schon Ne, ich bin ja gerade Der Besuch Und der Besucher Ah, guck mal einen Ach, der schon wieder Der Discomann Jimmy P Ja, Jimmy P Ne, wird nicht Jimmy T Ah, dein Bruder oder was? Das ist Jimmy P am Start Yo, yo, Jimmy P Rockt die Bude Hier ist mein Remix aus allen Formen Die du bis jetzt gelernt hast Mach dich bereit Und ab dafür Was sagst du? Ich erinnere dich an jemanden Oh shit, tut mir leid Egal Aber schlecht an Jimmy T Einer der uns Das haben wir mitbekommen Jimmy P ist also ein Remix aus allen Okay Jetzt haben wir wieder ein Remix am Start Okay, ich nehme mal einen Schluck Ah Ich streife durch die Nacht Da kommt mein Bruder Du bist Jimmy T Okay, ich bin Jimmy T Mhm Der Bart, Alter Oh, Hunde wahnsinn Guck mal, der andere war Katzen Der hatte doch die Katzen gehabt Mhm Disco Würze Das war nicht Morgan Freeman Okay, tut mir leid Disco Würze Ja Das ist schlecht Ja Guck mal, sitzt da ein Hund Hunde Oh Wie süß Ich streife durch den Tag Jetzt kommt der Hund Durch den Strand Jetzt kommt der Hund Und die ganzen Hunde Und alle Hunde Es ist gar kein Story Recycling hier Nee Wenn wir jetzt in die Disco gehen Und jetzt abdancen Dann ist es wirklich komplett dasselbe Die gehen wahrscheinlich in den Strandklub oder sowas Ja Schauen wir mal Disco Fieber Ja, ne Da kommt der jetzt in einen Satz Oh, yeah Oh, oh, yeah Jetzt war ich das dazu gemacht Oh, oh, yeah, yeah Oh, oh, yeah Disco 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 Fieber Ich hab Schlaghosen Yeah Ich bin gar nicht im Tags Ich bin gar nicht im Tags Aber guck mal, sieht aus ein bisschen wie Colin Mit seinem gelben Acht Stimmt Ich bin Colin Ich bin Colin Alter Das ist ein ganz guter Club glaube ich Der Boxer Okay Die wird voll warm Schreddern Okay, Schreddern ist ja Das war Spaghetti Ist aber ein bisschen länger gewesen Ja, das war Spaghetti diesmal Oh, ich hab doch Hunger Ich hab gerne Button gehen Hast du auch Hunger? Ja Du hast gerade gegessen, oder? Wovor du kommst? Ja, aber nur eine Schüssel Cornflakes, Mensch Ach du und deine Kopfschmerzen Scenny Minis Ich hab richtig Hunger Gefälschte Ah, der geht vom Käse Alles klar Woll ich Woll ich Woll ich Noch einmal, noch einmal, noch einmal Nein Alter, hast du die Beide gesehen gerade? Oh, wenn du es noch gut kennst, dann schnell die Der Donkitsch, okay, das kennen wir auch noch Ja Also Nach vorne so Mach ich doch Woll der loslassen? Was hast du doch? Hab ich ja Der Controller ist schuld Ja, ich glaube auch Manchmal Liegt mich an uns Nochmal Kein Oh, Alter Guck mal, du bist ja ein Löwe Fabulous Ripperrücken und so Schneller 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 Alles klar Kein Ding Nein Nein Oh mein Gott Ist es zu beleid? 100 Jahre später Ist es zu beleid? Ah, guck mal, jetzt kommen wir doch Abwarten 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 Und weg damit Guck mal Deiner ist immer größer Deiner ist immer größer Das ist ein Fisch, ne? Ja Wie war es das? Achso 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 Oh mein Gott Ja, die erste Runde ist sowieso immer zu Oh nein, den mag ich nicht Ich glaube wir müssen Snapchat machen, Maeve und das dann aufnehmen Snapchat Ja, das hast du schon mal hingeschaut Ja, okay Ja, man muss echt nur ganz leicht, ne? Oh mein Leben, ne? Oh mein Leben, ne? Oh mein Leben, ne? Die Ablage, okay Ah, okay, wieder ableben, wahrscheinlich Ich hebe ab Es war zu früh Es war zu früh Es war zu früh Leg ab Ich muss wieder auflegen Natürlich, da hat auch keiner angerufen Du musst erst warten, bis jemand anruft Achso Ah Da haben sie mich auch gleich noch mal Da haben sie mich auch eiskalt erwischt, ne? Ja Das war ja nicht nur erst 3 oder 4 mal 2 mal 3 mal Dopp 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 Nice Kann man hier sogar noch schneller schaffen, indem man die erste Runde gemacht Spaghetti für euch alle Oh, lecker Ich mag ja Spaghetti nicht, ne? Aber ich mag nur den Das versteht keiner, aber ich mag nur den mehr als Spaghetti Okay Ja, aber dann Spaghetti zum Nudeln Ja, aber anders Äh? Langsam Ja, äh Jetzt sagt er nicht Ach, guck mal Wenn es blinkt, dann wird er nicht erkannt, ne? Haben wir doch schon in den Kommentaren geschrieben Dankeschön für den Tipp Oh Gott Ich hebe ab Ich hebe ab Nicht hält mich am Boden Jetzt können wir den Blitz endlich bringen Sehr schön Und eins Und zwei Alt, alt Und die Uhr Roberto Carlos lässt grüßen Guck mal, wir haben noch alle Leben, ne? Bis jetzt Oh die Oh, was? Ekelhaft Na, was? Alter, wie angetäuscht hat, aber die schaff ich sowieso irgendwie nicht Guck mal, ich check's noch nicht Ah, das kannst du mail Und los Guck mal, der Daumen war doch ab oder nicht? Hat's irgendwie geblinkt gerade? Ne Okay Muss ich mich abrücken? Ja, eigentlich Oh, das Ziel ist sehr schön Alter Alter Ey, ich bin besoffen Toilette Ja Dann trinke die sind oder was Kann ich dich heute noch klar machen, ja? Ich trinke mal ein bisschen zieht was am Elf Guck mal, Alter, was ich hier für Fische raus hole, ja? Ja Ja, Schwertfisch Animal Crossing Display is confirmed Das kann ich aber Vielleicht wenn ich einen neuen Stuhl einwein Aber er hält Er hält Kommt als der Boss oder was? Wir sind schon bei Level 10, was ist denn los? Der Frettenfinger öffnen Easy Bap Hula Hula Aber wir haben noch ein Leben, oh Gott Der Kellner Oh je, oh je, oh je Nein, es wird nicht erkannt Es wird nicht erkannt? Warum nicht? Weiß ich nicht Ich glaube, wir müssen Ah, du hast es vor dem Mikrofon gehalten Ja, scheiße Nicht vor dem Mikrofon gehalten Da gab es ein paar Differenzen Aber egal, wir machen gleich nochmal, oder? Wir ziehen jetzt hier eiskalt durch, Leute Bis wir es schaffen Oder Der Straße kehre auch Bis ein paar Minuten gehalten Äh Auf die Finger Bam Das sieht aus wie ein Roshi, ne? Ja Von Dragon Ball Ja Der Stöße Bestimmt ordnen Da bist du ja Profi drin Ja Sehr schön Oh, guck mal, sogar richtig schön Ah Ah Mein Traumberuf Family Na, zeig mal Mev Unten Nice Bist du auch so gut bei Schießbuben und so an Weihnachten und so? Ne, ist alles Betrug Genau Nicht wahr, Ricky? Nein Oh, guck mal Apropos Betrug, ne? Riki, ne? Apropos Riki Nein, wir sind ja alle nettest Ja, ja Alle sagen immer, dass wir Riki Mobben, ne? Aber ihr wisst gar nicht, wie der Riki drauf ist, wenn der nicht aufnimmt, ne? Riki sucht ja auch den einen oder anderen bösen Spruch ab, ne? Ja, wie gestern zum Beispiel? Sehr schön, machst du das Ah Wir müssen uns weiter weg, wir müssen uns weiter wegsetzen Ah, Mann, die sind wie, ähm Müssen uns weiter wegsetzen, also kein, kein Ding Nein! Einfach unsleichen Es war schwer, Alter Es ist mega schwer Davor war einfach nur raufkloppen, ne? Ja, ja Aber wenn man da nur 3 Sekunden Zeit hat, ist das schwer Ja, ja Und die, wie nicht richtig erkannt wird, beziehungsweise die müssen uns richtig hinsetzen müssen Der ganzes Mikrofon, ne? Alp! Wie der ausweicht! Ja Wie der ausweicht! Aber inzwischen kämen wir doch der Muster Weiter weg vielleicht? Ah, wir müssen uns echt ein Stück weiter wegsetzen Okay Kein Ding Oh Quats Dann heilen wir wieder Das ist mega easy Ja Ja Wir heilen ein bisschen mehr, aber wir wollen ja nicht Spiele schaffen Ah, du musst gar nicht nachmachen, die Ich bin für eine Löhre, ne? Oh, ich mach den Boss, Alter, nein Mit einem Leben, oder was? Ja Schaffst du schon Pro Boxen Ist dein Ding Ah, klar Kein, kein Ding Den schaffste Guck mal, wie ich zitter Ich hab Angst vor dir Ja, ja Ich hab Angst Ich hab Angst Ich bin hier am Boden Ich will zuschlagen Das ist ein Ananas-Typ Hol die Ananas raus Bam Oh, das ist ein Erdbeerer Kein Problem, würde ich mal sagen Ah, du bist ein richtiger Ninja Ja, dafür werde ich mir erstmal meinen Zauberdrang wieder eingießen Ja, dann möchte ich auch einen Schluck haben Von dem Zauberdrang Ihr wisst ja, was wir hier für eine Entgleisung uns gönnen Oh, ich hab richtig reingepfeffert, ey Oh yeah Oh yeah Oh yeah Wurm Wurm Ja Jetzt fällt mir gar kein Hundelied ein Ne Schnieschner Ja Rein Das ist wirklich 1 zu 1 Tag gemacht, ey Ehrlich noch mal Genau dieselben Moves Aber es hat Jimmy P und Jimmy T Ich glaube wir müssen näher ran wieder Ihr müsst da vorbei Die zweite khiole ist aber ein Täuschen Da haben wir schon mal irgendwo gesehen. Also Korne, ne? Such dir mal was Neues. Du gibst leider keine Rose von uns. Abzüge in der B-Note. Und wenn der Hund jetzt den Knochen wiedergibt, dann bin ich wirklich gespannt. Aber sind die nicht süß? Ja, ich mag auch nur mehr als Katzen. Ich finde beides ganz cool, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr Hundefreund. Habe ich auch heute bei Mimoto beantwortet? Mitomo? Mitomo meint ja. Mimoto. Mimoto. Miamoto. Hello, Moto. Mimoto. Geschafft. Oh, yeah. Alter, da haben wir wieder gesehen, dass das ein Volker war. Hm? Ja. Was ist das denn? Ist doch aus wie ein Goblin oder sowas. Was ist das denn? Aber wer das ist, erfahren wir im nächsten Part. So sieht's aus. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Dann lasst eine positive Version da. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir dieses Spiel spielen. Smooth, smooth. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.